Silvia ist als Bauleiterin und Hundebesitzerin viel draussen unterwegs. Ihre Look muss für sie vor allem bequem und unkompliziert sein. Heute freut sich die 42-Jährige aber auf das Umstyling und ist darum von Bern zu Sisley auf Zürich gekommen. Normalerweise ist Make-up, Haar und Ausgesehen eigentlich nicht so mein Ding. Ich bin eher der einfache Typ. Dadurch, dass mein Umfeld in letzter Zeit aber viel gemotzt hätte, ich sehe uns wie eine Grossmütte. Da habe ich mich spontan bewerben. Es hat eine Klappe in der Lifestyle. Ich freue mich riesig. Ich bin sehr gespannt, welche Mann zu Hause gehen werde und erhoffen wir natürlich, dass ich uns auf die Friste sehe. Wir starten gerade mit der neuen Frisur von Martin Dürrematt. Bis zum heutigen Tag hätte meine Ausleihenkandidatin Silvia lieber mehr Zeit für ihre drei Hunde investiert als für ihr Haar. Ich hoffe aber, mit dem heutigen Make-over sie zu begeistern und zu motivieren, um das Ganze mehr in Ausgleich zu bringen. Manchmal ist gar keine einfache Entscheidung, sich für die richtige Kolorationstechnik zu entscheiden, wenn es zum einen natürlich aussehen sollte, der Typ aber trotzdem soll unterstreichen und man nicht alle drei Wochen zum Coiffeur säcklen muss. Darum habe ich Silvia am ganzen Kopf blondierte Highlights hineingezogen und mit einer Farbe das Ganze abgerundet. Die Töhnung hat man zum einen die blondierten Highlights abgemattiert und zum anderen ihren Naturtun ganz soft aufgehellt. Mit dem Voluminizing Shampoo von Hechytöl bei Sisley habe ich anschliessend beim Haarwaschen ihres Haars kräftigen und mit der Regenarating Hair Care Maske die richtige und optimale Pflege bieten. In der 10-minütigen Einwüchszeit dieser Maske habe ich natürlich den Moment genutzt und ihre Augenbrauen in Form gebracht. Ich glaube, das Highlight des heutigen Make-over ist jetzt gekommen. Silvia hat mega viel Haar gelassen und ist ab jetzt mit ihrem Pixi-Cut genial unterwegs. Silvia ist ab heute stolze Trägerin von ihrer eigenen Schönheit und es ist so eine Freude, wenn man mit dem richtigen Schnitt und der richtige Farbe das Ganze strichen darf. Der Haarschnitt ist mehr als gelungen. Für das passende Make-up sorgt jetzt David Haameyer. Damit Silvias Look heute richtig frisch und vital ausschaut, habe ich mit einer ganz feuchtigkeitsspendenden, energiespendenden und prallmachenden Feuchtigkeitspflege den Look begonnen. Damit Silvias Lächeln richtig schön in Szene gesetzt wird, habe ich den Lip Twist 2 genommen. Das ist so ein ganz frischer Rosé-Ton mit einem leichteren Reflex. Da sehen die Lippen immer schön prall und frisch aus. Anschliessend habe ich die Grundierung aufgetragen, und ein Concealer um den Augenbereich. Und für den richtigen, abgerundeten Look an ihren Augen, habe ich die Sol Volume Mascara verwendet. In einem Deep Brown. Das setzt nochmal einen schönen, kalt-warmen Kontrast für ihre Augenfarbe. Silvia hat in ihrem Statement erwähnt, dass sie gerne so ein bisschen Grossi genannt wird. Und für mich, das Make-up lässt sie nochmal zehn Jahre jünger wirken. Im PKZ-Womens Zürich an der Bahnhofstrasse wartet unsere Style-Experte Luisa Rossi schon gespannt auf Silvia. Silvia, du siehst bezaubernd aus. Vielen Dank. Ihr seid nicht. Es ist aber viel weg. Ja. Ich habe etwas Blumenes, aber ich denke, das ist nicht etwas, das du anlegen würdest. So wie ich dich sehe, eher ein bisschen sportlich. Deshalb habe ich etwas spezielles für dich ausgeht, aber anders. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich zeige es. Cool, merci. Nur Silvia, du kommst nicht darum herum, High Heels anzulegen. Aber die sind super bequem. Dazu nicht blaue Jeans, sondern blaue Hose. Ein bisschen schicker, aber gleich sportlich. Glaub mir, es kommt gut. Silvia ist durch und durch eine Jeans-Trägerin. Ich glaube, sie trägt sieben Tage in der Woche Jeans. Deshalb hat sie Jeans verboten bei mir. Ich habe ihr eine Hosen-Nuss gesucht von Pinko und zwar auch im Blau. Aber dafür hat sie eine schöne Struktur drin, ist fallend, ist ein bisschen festlicher und trotzdem ist es sportlich vom ganzen Machart her. Und auch der Bulli, den ich ausgesucht habe. Ich finde, die Bluse steht nicht ihr unbedingt, sondern mehr so die Bulliart. Auch das sieht festlich aus. Und dazu habe ich ein Stiletto ausgesucht von Pura Lopez, der die Farbe vom Bulli aufnimmt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr frechtes Stiletto. Es ist nicht zu hoch, mit dem kann sie auch gut rumlaufen. Mit einer Tasche und zwar die von Love Moschino habe ich das Ganze ein bisschen abgeschlossen. Und ich finde, sie sieht jetzt richtig festlich, sportlich. Cool-lässig aus. Also diesen Anzug hatte ich auch schon selber von Mos Mosch. Den finde ich irrsinnig. Und als ich den gesehen habe, fand ich, ich hatte einmal einen Pinko und für sie fand, grün, das passt zu ihr. Und sie ist eine, die eigentlich nie T-Shirts weisse tragen, sondern eher immer schwarze. Ich fand, das geht gar nicht. Das muss frischer sein. Und deshalb habe ich Juvia ein T-Shirt in weiss genommen, das das Ganze viel, viel frischer aussieht. Und hier darf sie ihre geliebte Tonschuhe anlegen. Einen von Voile Blanche habe ich genommen, in Silber, der trotzdem etwas frech aussieht. Der Shopper von Coach gibt genau einen schönen Kontrast zum Anzug. Das Outfit würde ich auch sofort anlegen. Silber, du hast gestaunet, als ich dir ein weisses Shirt gebracht habe, weil du eigentlich nur schwarze. Klar kannst du auch schwarze kombinieren dazu, aber weiss ist einfach die bessere Variante. Deshalb empfehle ich wirklich weisse Shirts in allen möglichen Variationen. Es kann auch einer sein mit einem Aufdruck drauf. Aber an und für sich finde ich ein weisses Shirt auch so ein super Basic, wo du dich aneignen solltest. Merci. Ist das gut? Der Vergleich zum Morgen zeigt, Silja hat sich heute komplett verändert und sieht super aus. Ich hatte einen super coolen Tag. Meine Haare sind der Hammer. Mega getroffen. Eine super Veränderung. Das Make-up, ja, etwas gewöhnungsbedürftig. Bin ich nicht so gewöhnt, aber gefällt mir auch mega gut. Kleider absolut sportlich. Super passt zu mir. Würde ich euch sonst anlegen. Perfekt. Danke New Style für das super mega Umstyling. Auch uns hat es Spass gemacht. Wir wünschen Silja viel Freude mit ihrem neuen Look.